Musik Okay, das ist also die Höhle der ewigen Finsternis. Hier ist Thornton. Setzen Sie diesen Scheinwerfer auf. Habe ich selbst entwickelt. Es gibt keine Finsternis, die dieser Scheinwerfer nicht erhellen kann. Ich nenne ihn Megawatt 3000. Hey, danke Drake. Das ist mal richtig nett von dir. Vielleicht bist du doch kein Mordsüchtiger, Irrer. Coley, zieh ab, bevor Drake mit dem Überlegen fertig ist. Ganz schön dunkel da drin. Okay, mach's gut Leute. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, super, ein Skelett. Hoffentlich kommt jetzt nicht gleich eine Kugel angerollt. Was eine heiße Quelle, tief im Berg? Hey, Alter, wer bist du denn? Ich nehme an, du bist der ehrwürdige Hüter des Hörnchens. Jap, das bin ich. Und wer bist du? Oh, ich bin der düngste Mensch der Galaxis. Sagt wer? Sie beklotten Einhorn-Fans an der Oberfläche dieses Planeten. Ärgert dich das, Mann? Ist mir doch egal, was diese Hohlbirnen denken. Alter, das mag ich. Du bist okay. Und jetzt kämpfen wir um das Horn, oder was? Kumpel, ich sitze schön im warmen Wasser. Glaubst du, ich will hier etwa raus? Wenn es null ausmacht, von anderen für doof gehalten zu werden, der ist cool genug für das Horn. Test bestanden. Das Ding liegt da drüben. Kannst du dir gern eintüten. Krebsi, du bist ein schalend Tier nach meinem Geschmack. Rück mal rüber. Bevor ich wieder hochgehe, mache ich ein bisschen Siesta. Klar. Mi casa ist du casa. Und so weiter. Ich nenne ihn Megawatt 3000. Und... Hahaha. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.